Wir müssen das Kanoden-Esschen nehmen! Da wird es mir ausdrücklich ein Befehl, diese Position zu halten! Es ist nur so lange warten, bis die unseren alle abgeknallt worden sind! Linie halten! Feuer! Feuer! Was machen Sie hier? Herr Rittmeister, lassen Sie sofort zum Rückzug schlafen! Sie warten hier auf meine Befehle und warten Sie es nicht, sich von der Stelle zu rühren! Erzählen Sie da nicht, dass hier sinnlos Menschen sterben! Wir sterben keine Menschen, wir sterben Soldaten! Wir müssen auf eigene Faust handeln, das Nest muss weg! Der Schinski hat uns einen eindeutigen Befehl erteilt! Der Befehl ist unsinnig, wir werden ihn nicht befolgen! Aber der Schinski führt nur den Befehl des Königs aus! Der König gibt keine sinnlosen Befehle! Schluss mit der Diskussion! Du reitest mit fünf Mann einen scheinen Angriff auf die Batterie! Ich greife mit drei Mann von hinten an! Noch Fragen? Nein! Also gut, dann los! Fünfer sind wir! Attacke! Wir nach! Ich bin hierher Doktor! Ganz sicher! Das ist der Canadese! Wir ist in der ab oder항var! Genau! Achtung! Die Kanonen rüberdrehen! Geschafft! Majestät, melde Gehorsam, ist mit drei Mann Batteriestellung der Österreicher genommen. Vier Geschütze erbeutet, zwei Mann Verluste. Das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Von der Tränke? Wegen persönlicher Taffelkerle nenne ich Sie zum Neutnant. Ich bin mit Ihnen zufrieden. Machen Sie weiter so. Ja, Bulsia.